Hallo und herzlich willkommen bei Stunt Art. Als der Berliner Schauspieler Daniel Brühl im vergangenen Jahr seinen ersten Spielfilm vorstellte, war das Erstaunen groß. Nebenan, so der Titel, erzählt die Geschichte zweier Berliner Nachbarn, die unterschiedlicher nicht sein könnten. In einer Eckkneipe treffen sie aufeinander und geben sich für 90 spannungsgeladene Minuten die Kante. Daniel Brühl spielt sich selbst und zerlegt wie nebenbei sein eigenes Strahlemann-Image. Neben ihm brilliert der kongeniale Peter Kurt. Jetzt kommt Brühls starkes Debüt ans Theater. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann hat aus seinem eigenen Drehbuch ein Theaterstück gemacht. Inszeniert wird die Uraufführung von niemand geringeren als Burgtheaterdirektor Martin Kusche. Wir treffen die beiden auf der Probebühne im Wiener Arsenal. Willkommen Daniel Kehlmann, Willkommen Martin Kusche hier auf der Probebühne des Burgtheaters. Nebenan, das ist die erste Uraufführung, Herr Kehlmann, die Sie in Wien nicht der Josefstadt geben, sondern dem Burgtheater. Wird das Burgtheater hier in Wien ihre neue Theaterheimstadt sozusagen? Also ich habe das dem Burgtheater gegeben, weil das das Burgtheater machen wollte. Und ein Film ist ja auch ein Gemeinschaftswerk. Das heißt, das ist jetzt auch nicht nur ich, der es dem Burgtheater gegeben hat, sondern auch Daniel Brühl, mit dem ich den Film ja zusammen gemacht habe. Ich glaube grundsätzlich nicht an diese, wie soll man sagen, an diese Haremsrhetorik, dass ein Theater hat so und so viele eigene Autoren, sondern man arbeitet zusammen mit Menschen, mit denen man gerne zusammenarbeitet, mit Menschen, mit denen man befreundet ist. Mit Martin habe ich eine schöne, länger schon dauernde Gespräch, wie sagt man, Gesprächstradition und Freundschaft. Das Gleiche mit Herbert Vöttinger und das Gleiche mit anderen Menschen, die an verschiedenen Theatern arbeiten und wirken. Und man arbeitet mit Menschen zusammen und das bleibt auch so. Es ist jetzt natürlich für eine Bühne ein besonderer Stolz, Ur- und Erstaufführungen, zumal von österreichischen Autoren, ausrichten zu dürfen. Das Burgtheater hat diesbezüglich eine große Tradition. Mittlerweile auch die Josefstadt, Herr Kusche. Wollen Sie diese Position der Burg, also Heimstatt eben für österreichische Autorinnen und Autoren wieder verstärkt zu werden, forcieren? Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch schön, dass eigentlich viel mehr noch lebende Autorinnen und Autoren bei uns gespielt und gezeigt werden und aber gleichzeitig auch wiederentdeckt werden. Wir haben ja auch eine Schiene, in der man ganz klar so quasi die Dramaturgie sich interessiert für vergessene Autorinnen und Autoren aus dem zwanzigsten Jahrhundert. Das funktioniert auch wunderbar. Also natürlich ist das Burgtheater das erste Theater, das österreichische Dramatik spielt. Wir sitzen heute hier wegen Nebenan. Das ist der Name des Theaterstücks, das zur Ur-Aufführung kommt. Daniel Brühl hat den Film inszeniert. Es ist seine erste Regiearbeit. Er hat auch die Hauptrolle gespielt. Sie, Herr Kehlmann, haben das Drehbuch geschrieben. Wenn man sich den Film anschaut, dann muss man unweigerlich an ein Theater denken. Es ist ein Kammerspiel. War dieser Gedanke daraus auch ein Theaterstück zu machen beim Drehbuchschreiben schon präsent oder war das eine logische Konsequenz? Also da muss ich ein bisschen ausholen. Ich liebe einfach das Theater und viele Sachen, die ich schreibe, die nicht erst mal Theater sind, sind vom Theater geprägt und vom Theater beeinflusst. Mein Roman Ich und Kaminski ist teilweise ein als Roman verstecktes Theaterstück, wenn man so will. Mein Roman F beginnt, das ganze erste Kapitel spielt tatsächlich auf einer Bühne vor Publikum. Das heißt, ganz viel, was ich mache, ist geprägt von meiner Leidenschaft und Liebe fürs Theater. Und nebenan war es tatsächlich so, unter anderem auch, dass Daniel, das sollte ja sein Regiedebüt, auch gesagt hat, es soll etwas sein, was überschaubar ist, was eingegrenzt ist. Wir haben immer den Scherz gemacht bei der Arbeit zu sagen, es soll nicht Magellan werden, also 40 Schiffe auf dem Ozean, sondern, also und da hat es sich natürlich angeboten und es war auch mit der Grundidee verbunden, dass das etwas Theaterhaftes hatte. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, dass ich sofort gesagt habe, ja, das ist eine fantastische Sache, lass uns das machen. Also ich habe nicht gedacht, ja, daraus wird vielleicht mal ein Stück, sondern das Stückhafte daran hat mich gereizt. Sie beschreiben das so, als ob das einfacher wäre für einen Regisseur, ein solches Kammerspiel filmisch zu inszenieren, als jetzt viele Schauplätze, viele Schlagplätze gewissermaßen. Es ist doch genau das Gegenteil. Es gibt es nicht, ist es nicht besonders schwierig, eben ein Kammerspiel, das sind zwei Personen, die fast durchgehend im selben Raum sich aufhalten, über 90 Minuten abzufilmen und dabei die Spannung auch zu halten. Ja, aber beim Film ist die erste Frage erstmal immer, da kann man das finanzieren. Und da ist was Kleineres natürlich leichter zu finanzieren. Und es macht einfach auch mehr Spaß, jedenfalls jemand wie mir oder auch jemand wie Daniel Brühl, mit Schauspielern in, also diese Art von sich, diesen Arten von Problemen zu stellen. Wie belebt man eine Rolle? Wie belebt man eine Situation? Was macht man daraus, als sich zu beschäftigen mit der Frage, wie stellt man ein Schiff mit 40 Kanonen dar, das hier die Küste unter Beschuss nimmt? Also Sie haben recht, ich will gar nicht sagen, dass es leichter ist. Es war einfach das, was uns mehr gereizt hat. Herr Kusche, als Sie den Film gesehen haben, war Ihnen sofort klar, das muss auf die Bühne und das wollen Sie auf die Bühne bringen? Oder gab es da einen längeren Nachdenk, auch vielleicht Verhandlungsprozess? Nein, überhaupt nicht. Ich habe erst einmal nur die Beschreibung dieses Films gelesen, also kurz bevor er erschienen ist, habe sofort den Film angeschaut, weil ich gedacht habe, das könnte was sein. Und ich rufe sofort Daniel dann an und genau so war es dann. Und das ist eigentlich total rasch entstanden. Es ist aber vielleicht auch im Anhang zu der eben gestellten Frage oder dem, was Daniel sagt, interessant, dass auch ich als Regisseur, ich bin ja auch eher dafür bekannt, dass ich die großen Sachen mache, die großen Stücke mit vielen Szenen, die Klassiker, die ein großes Personal haben. Auch das hat mich dieses Mal gereizt, einmal eine kleinere Sache zu machen, mit zwei, natürlich in Wirklichkeit sind sechs Schauspieler, aber mit zwei konzentrierten Figuren, die eine, wie ich finde, sehr überraschende und interessante und teils unterhaltsame, aber auch sehr kritische Situation da spielen. Und gerade jetzt beim Lesen auf der Leseprobe ist mir das massiv aufgefallen, wenn sozusagen aus dem geschriebenen Wort, aus dem Text, schon sich menschliche Figuren, Charaktere herauskristallisieren durch die Schauspieler, die das gelesen haben, dass mir das wahnsinnig Spaß machen wird. Und dass das auch einen berührt. Das ist also einfach so, als jemand, der eine Geschichte sieht und das Schicksal von einer Figur miterlebt, wo man sagt, das könnte ich selber sein. Das ist wirklich faszinierend. Wir sprechen jetzt von einem kleinen Stück, aber dabei ist es ja ein Theaterstoff, wie er prächtiger nicht sein könnte. Also ich glaube, es sind alle Voraussetzungen gegeben, dass es ein Renner wird. Aber, das wäre meine Frage, es ist ein durchaus Berliner Stück oder es ist in sich ein absolutes Berliner Stück. Es geht um die Fragen nach Ost und West, Ost-West-Konflikte. Es geht um Gentrifizierung. Also viele Dinge, wo ich mir denke, die sind gar nicht so einfach auf Wien umzulegen. Herr Kehlmann, Sie kommen aus Wien, leben aber in Berlin mittlerweile wieder. Wie sehen Sie denn das? Ist das ein Problem bei diesem Stück? Weil vielleicht diese politische Dimension, die man mit diesem Berliner Blick sofort sieht, wegfällt? Also da sehe ich überhaupt kein Problem. Es stimmt, es ist eine Geschichte, die in Berlin spielt und auch spielen muss. Wir haben ja darüber geredet, könnte es in Wien spielen. Ich habe zur gleichen Zeit, gibt es auch Gespräche über eine Aufführung in London, wo wir auch darüber gesprochen haben, könnte das in London spielen. Die Antwort ist in allen Fällen, nein. Es ist wirklich eine Geschichte, die in Berlin spielen muss, wegen ganz vielen Details, die wirklich mit der Stadt zu tun haben, mit der jüngeren deutschen Geschichte. Aber ich sehe da überhaupt kein Problem. Ich meine, man liest ja auch zum Beispiel, man kann ja auch in Wien leben und Tolstoi lesen und sagt nicht dauernd, warum spielt denn das nicht in Wien? Ich kenne mich gar nicht aus. Geschichten spielen an verschiedenen Orten und im Idealfall ist der Ort immer spezifisch für die Geschichte. Also ich sehe da überhaupt keine Schwierigkeit. Aber ich könnte mir vorstellen, als Regisseur dieses Stoffs interessiert einen vielleicht jetzt aus der Wiener Perspektive eher diese zwei prächtigen Charaktere, die da gezeichnet werden, als vielleicht der politische Hintergrund. Wird dieser politische Hintergrund gewissermaßen zu einem Art Hintergrund rauschen? Nein, ich glaube, also mir ist diese Problematik äußerst bewusst. Wir haben da einige Male drüber diskutiert. Es liegt jetzt schon an mir, praktisch eine gewisse Neutralisierung vorzunehmen, so dass man tatsächlich sagen kann, wir erzählen eine Geschichte, die spielt in Berlin. Wir erzählen aber am Theater auch Geschichten, die spielen in Venedig, in New York, in London oder in Russland von mir aus. Das kriegen wir auch hin. Also ein gewisser Teil muss erhalten bleiben, weil ich auch glaube, dass die politische Dimension zum Großteil auch in Wien verstanden wird. Also sozusagen dieses System der Ex-DDR und alles, was dazugehört. In ein paar Details werden wir vielleicht eine Art Angleichung vornehmen müssen. Oder auch die Zuschauer durch einen Halbsatz oder Satz, der im Film nicht vorkommt, einfach informieren, damit sie wissen, worum es geht. Das ist eigentlich keine Hexerei und macht mir Spaß. Also ich stehe jetzt auch dazu, dass wir die Geschichte aus und in Berlin erzählen. Vielleicht aber schon dadurch, dass es auf einer Theaterbühne ist, dass das eine gewisse, wie soll ich sagen, antinaturalistische Künstlichkeit kriegt, die dem Ganzen ganz gut tut. Also wir wollen auf keinen Fall hier perfekt Berlinern oder sowas. Das würde ich, glaube ich, eher lächerlich finden, wenn jetzt hier unsere Schauspieler so Gerhard Hauptmann-mäßig versuchen würden, original naturalistisch zu spielen. Eine Ebene des Films ist ja auch, dass Daniel Brühl sich selbst spielt beziehungsweise ein schlechtes Klischee von sich selbst. Also den Schauspieler, den er da spielt, das ist ein Juppie, wie er im Buch steht. Sympathie kann man keine für ihn aufbringen. Also alle negativen Eigenschaften, die man einem Schauspieler zuschreiben kann, glaube ich, hat dieser Daniel, wie er auch noch heißt, im Film. Jetzt ist diese Ebene eine, die natürlich dem Film inhärent ist, weil Daniel Brühl mitspielt. Allerdings spielt Florian Teichtmeister hier im Burgtheater diesen Charakter Daniel. Fällt damit diese doppelte Ebene, dass ein Schauspieler auch gewissermaßen über sich selbst ein bisschen witzelt, beziehungsweise ironisch auf sich selbst schaut, damit weg? Eigentlich gar nicht, weil unser Daniel heißt Florian und auch in unserer Aufführung wird die Figur Florian heißen. Und wir haben auch, das war eine Idee von Daniel hier, auch mit einem kurzen Halbsatz die Figur so etabliert, dass das ein Wiener Schauspieler ist, nämlich Florian Teichtmeister, der in Berlin diese Wohnung bezogen hat und der ja jetzt auch natürlich ein Serienstar ist oder ein österreichischer Serienstar. Und da passt die Geschichte dann schon zusammen. Herr Kehlmann, Sie kommen aus einer Theater- und Filmfamilie. Jetzt ist dieser Film, beziehungsweise das Theaterstück, voller Klischees, voller Zuschreibungen an Schauspielern. Also es strotzt wirklich vor, also es hat einen bösen Blick auf die Schauspielerei, auf Schauspieler inhärent. Macht Ihnen das Spaß? Ist das auch, speist sich das auch aus Ihrer eigenen Erfahrung, vielleicht aus Ihrer eigenen familiären Erfahrung? Sie werden wahrscheinlich zu Hause am Küchentisch nicht immer nur gut über Schauspieler gesprochen. Ja, das stimmt. Das sehen Sie richtig. Trotzdem, nein, ich habe keine Aggressionen gegen Schauspieler. Also da hätten Sie, wenn ich selbst Aggressionen einsetzen hätte wollen, dann wäre er ein Schriftsteller. Dann wäre es aber eine ganz andere Art von Geschichte. Es war in dem Fall wirklich so, dass eben auch eine Grundidee von Daniel Brühl war, sich selber überhaupt nicht zu schonen. Und deswegen muss ich das betonen, weil ich es so beeindruckend finde von Daniel. Also da kann ich jetzt nicht eigentlich die Lorbeeren für einheimsen, sondern immer die ganze Zeit beim Schreiben kam Daniel noch mit Ideen, was noch seine Figur sagen könnte, was noch peinlicher ist, noch schlimmer, noch eitler, noch ekelhafter. Und wir haben ganz bewusst wirklich viele Details verwendet, die aus seinem Leben sind und die Leute über ihn auch wissen. und ich war wirklich, war und bin sehr beeindruckt von seinem künstlerischen Mut in der Hinsicht. Ich habe immer gesagt, sollen wir das wirklich noch reinnehmen? Ja, das nehmen wir noch rein. Und es ist natürlich trotzdem eine allgemeingültige Geschichte, aber dass es diesen Aspekt hat, das ist ganz wesentlich der Mut und der Humor von Daniel Brühl. Wir sagen ja jetzt die ganze Zeit schon das Wort Klischee. Also das Klischee ist einerseits natürlich etwas, was es in der Wirklichkeit tatsächlich immer wieder gibt, aber auf der anderen Seite habe ich hier zum Beispiel ein Ensemble von vielen Schauspielern und Schauspielern, die ich total mag und schätze und wo ich diese Tendenzen jetzt in der Form gar nicht so wahrnehme. Dass man über sich selber kritisch nachdenken kann oder sich auch lustig machen kann, finde ich wunderbar. Ich finde aber vor allem, dass das Stück hier oder jetzt in dem Fall das Stück oder der Film gerade darin seine Vielfältigkeit hat, weil obwohl dieser Schauspieler ein relativer Kotzbrocken ist, hat er ab einem gewissen Moment auch unsere Sympathie, weil er von einem anderen Kotzbrocken, der übrigens auch auf seine Art sympathisch ist, in die Pfanne gehauen wird oder eigentlich auseinandergenommen und zerstört wird. Das heißt, das ist so eine wahnsinnig interessante Gemengelage von Sympathie und Antipathie, was diese beiden Figuren meanderartig oder zopfartig durchdringt und ich finde das wahnsinnig spannend. Also ich habe schlussendlich eine sentimentale Liebe zu diesen Losern in diesem Lokal. Das ist ja eigentlich etwas, das wir alle kennen und ich habe mir überlegt, jetzt als Regisseur, der Film hat noch eine andere Form und das ist noch mal ein anderes Genre. Aber was ist das für das Theater, wenn man jetzt sagt, okay, ein Blick in so eine Kneipe oder einen Beisel oder diese Loser-Gasthäuser, die man ja total kennt. Was macht das aus? Und für mich war eigentlich dann der Herangehenspunkt, zu sagen, das sind lauter Menschen, die kein Glück haben, die aber davon träumen, dass sie Glück haben werden. Und das ist ja im Grunde der Zweck dieser Lokale. Dort gibt es eine Jukebox, da gibt es Glücksautomaten, Glücksspielautomaten, da gibt es den Alkohol, da gibt es verschiedene Sachen, die eigentlich alle brauchen als Mittel zum Glück, das es nie geben wird. Und das ist auch die Tragik dabei. Und das glaube ich, wenn wir das schaffen, mitzuerzählen, dann haben wir sehr viel geschafft. Der besondere Fall bei dieser Inszenierung ist ja, dass sie einen Film als Vorlage hat. Dramatisierungen prägen unsere Theaterlandschaft schon seit einigen Jahren, seit einigen Jahrzehnten sehr stark. Also Romane, die zu Theaterstücken werden, Filme, die zu Theaterstücken werden. Viele Leute schütteln darüber den Kopf, sagen, naja, wenn ich den Roman lesen will, dann lese ich ihn, aber dann gehe ich nicht ins Theater. Wenn ich den Film sehen will, dann gehe ich ins Kino. Herr Kehlmann, wie sehen Sie das ganz allgemein, jetzt vielleicht unabhängig von diesem Stoff? Also allgemein teile ich die Kritik und das sage ich als jemand, dessen Romane dauernd dramatisiert werden. Aber allgemein teile ich diese Kritik und sage, ich finde auch, es gibt wirklich viele wunderbare Stücke, die man nicht zu sehen bekommt und stattdessen sieht man Romandramatisierungen. Also so im großen Überblick über das, was an den deutschsprachigen Theatern passiert, ist das nicht falsch. Das hier, dieser Fall, was wir hier machen, ist natürlich gar nicht ein Beispiel, um diese Kritik zu thematisieren, weil ich habe selber die Bearbeitung gemacht und ich habe wirklich ein Stück daraus gemacht. Das heißt, und wie Sie ja schon gesagt haben, war auch der Film schon sehr stark ein Theaterstück. Also das heißt, in diesem Fall, denke ich, kann ich wirklich sagen, das ist ein Theaterstück und nicht ein irgendwie zurechtgebogener Film. Aber im Allgemeinen, im Großen und Ganzen sehe ich das auch so. Mich interessiert natürlich auch, wie Sie diese Frage beantworten. Herr Kusche, Sie sind ja nicht nur Regisseur dieses Stücks, Sie leiten das Burgtheater, Burgtheaterdirektor, Sie verantworten auch viele Dramatisierungen. Wieso macht man das? Wieso machen Sie das? Ich bin, ich sehe das ganz kritisch eigentlich auch. Ich bin dann als Direktor jemand, der sich dann von einem einzelnen Projekt trotzdem überzeugen lässt. Wir haben ja die eine oder andere Dramatisierung auch in unserem Spielplan. Als Beispiel würde ich jetzt den Zauberberg heranziehen, den ein Regisseur mir so vorgeschlagen hat, mit einem total schlüssigen Konzept, um das überhaupt umzusetzen. Im Grunde bin ich der Meinung, dass man so große Romane wie einen von Thomas Mann überhaupt nicht dramatisieren kann. Das geht nicht. Das heißt, mich überzeugen Konzepte, dann machen wir das auch, probieren wir das auch. Aber an und für sich bin ich selber jemand, der wahnsinnig Lust hat auf schon vorhandene, geschriebene Theaterstücke. Und ich habe vor allem große Schwierigkeiten, wenn Filme dramatisiert werden. Und ich bin da ganz bei Daniel Kellmann. Das ist wirklich ein eigenes Projekt. Ich sehe den Film nicht. Ich habe das als Theaterstück vorliegen und muss vor allem, und das habe ich versucht, vorhin zu skizzieren, als Regisseur eine Möglichkeit finden, das wirklich als Theater zu machen. Wenn ich jetzt nur Dialoge aus Filmen heraus tue und die dann auf der Bühne aufsage, dann wird daraus kein Theaterstück noch. Das ist halt die Magie des Theaters. Das muss man schon gut können, um überhaupt einen tollen Theaterabend hinzubekommen. Aber wieso gibt es dann überall im deutschsprachigen Raum dennoch so viele Dramatisierungen? Gibt es nicht genügend geeignete Gegenwartstoffe, Stoffe mit einer Theaterpranke, sage ich jetzt mal? Ich weiß es nicht. Das ist wirklich eine Art Mode geworden. Ich vertraue auf Theaterstücke. Und es gibt unendlich viele. Es gibt Besser, es gibt Schlechtere. Es gibt auch noch einen ganzen Kanon in der dramatischen Literatur, den man immer wieder entdecken kann, den man immer wieder neu befragen kann. Also diese Flut von Projekten irritiert mich selber ein bisschen. Aber es gibt einiges, was mich gerade in der Theaterlandschaft irritiert, wo ich denke, okay, geht in eine Richtung, die es auf jeden Fall nicht meine. Ich glaube, unser nächstes Interview haben wir damit schon ausgemacht, weil das interessiert natürlich auch mich, was an der Theaterlandschaft momentan nicht so passt. Herr Kusche, Herr Kehlmann, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Wir sind schon sehr gespannt. Die Premiere ist am 15. Oktober auf der großen Bühne, also im Burgtheater. Und toi, toi, toi dafür. Danke. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.